In Amerika ist kein Scherz, habe ich mir einen Snickers gekauft. Snickers, kennt man? Snickers ist ein Erdnussriegel. Erdnussschokoriegel. Steht drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten. Steht auf dem Riegel drauf. Auf einem Erdnussriegel steht drauf, es kann Spuren von Nüssen enthalten. Bei einem Snickers, ich erwarte das, dass da Nüsse drauf sind. Warum schreibt man das drauf? Ja, falls Leute nussallergisch sind. Ich sage, wenn ein Nussallergiker ein Snicker kauft, hat er es nicht anders verdient. Ist der bescheuert? Es ist ein Erdnussriegel.